So kennt man die imposanten Showtrucks der Firma Heidelogistik aus Kirchlingeln. Einer schöner als der andere. Lastwagen, nach denen sich die Menschen umdrehen. Doch hat die Teilnahme an solchen Veranstaltungen, wie hier auf dem Truck Grand Prix, nicht unbedingt etwas mit dem beruflichen Alltag der meisten Fahrer zu tun. Trotzdem klingt eine gehörige Portion stolz durch, wenn man mit dem Chef des Unternehmens über sein Team spricht. Das sind genau die Fahrer, die man eigentlich braucht und die jeder Spediteur sucht. Weil die präsentieren die Firma, die präsentieren sich und die repräsentieren auch den Job als Kraftfahrer. Ich kann nur sagen, wir haben gute Fahrer, wir haben auch sehr, sehr gute Fahrerinnen. Und ja, ich bin stolz auf meine Jungs und Mädels, kann ich nicht anders sagen. Stolz ist auch Fahrer Frank Peters, der für Heidelogistik mit einem 2017er Scania S520 unterwegs ist. Frank ist ein regelrechtes Fossil der Branche. Lkw begleiten ihn schon sein ganzes Leben. Meine Eltern hatten früher selber eine Spedition, da bin ich damals als 21-Jähriger angefangen. Ja, ich kenn praktisch keine anderen Lkw's. Ich kann praktisch sagen, vom Kinderwagen aus, wo ich rausgeguckt hab am Wochenende oder in der Woche abends, standen immer nur Lkw's auf dem Hof. Frank steht ein langer Tag bevor. Doch auf dem Weg zur Firma muss der Truck erst einmal betankt werden. Und er hat sich längst daran gewöhnt, denn nicht nur an der Tanke wird er ständig auf seinen Lkw mit dem markanten Adler auf der Front angesprochen. Also, es ist schon wunderschön, so einen Lkw fahren zu dürfen. Man hat immer positive Resonanz, auf Parkplätzen ist man nie alleine, es dauert nicht lange, bis irgendwelche ankommen, fotografieren, auf der Autobahn, man merkt, die Pkw's fahren langsam dran vorbei, filmen nebenbei mit dem Handy, machen das Fenster runter, machen einen Daumen hoch. Also, es ist schon sehr positiv. Nur wenige Kilometer entfernt liegt die Vertragswerkstatt. An dem V8 von Frank muss noch ein Fehler ausgelesen werden. Bei Scania in Bockel an der Autobahn 1 kennt man die Sattelzugmaschinen von Heidelogistik bis ins letzte Detail. Denn Werkstattmitarbeiter und Fahrer verbindet nun mal die gemeinsame Begeisterung für schöne Lkw. Monteur Hendrik Wiechern hat sogar einen eigenen Showtruck. Wie denkt denn Hendrik über die ungewöhnliche Lkw-Begeisterung innerhalb dieser Spedition? Jeder hat eigentlich seinen Lkw und versucht den irgendwie noch ein bisschen individueller von den anderen abzuheben. Aber meistens ist das schon so, dass die sich gegenseitig so versuchen zu pushen, aber es ist eigentlich schon an der Spitze angelangt. Also viel mehr geht da eigentlich meiner Meinung nach nicht. Und Mario Bruns, der unterstützt das ja nur auch und ist einfach genauso verrückt wie alle anderen. Wenn nicht noch vielleicht ein bisschen verrückter selber. Ob nun verrückt oder nicht, die Arbeit wartet. Die Heidelbeeren-Saison geht zu Ende und Frank muss mit seinem Lkw heute noch in die Niederlande. Das Verhältnis innerhalb der Firma ist herzlich. Mario Bruns wartet am Lager, um Frank beim Beladen des Trucks zu helfen. Heidelogistik hat seit vielen Jahren einen festen Stamm an Direktkunden. Und die wollen, was auch immer in die Regale muss, pünktlich beliefert werden. Eine Spezialität sind frische Früchte. Und dafür sind die Fahrer in ganz Europa unterwegs. Wie diesmal Heidelbeeren. Grundsätzlich hat das Geschäft viele Facetten. Äußerste Flexibilität ist das Erfolgsgeheimnis. Wir holen es direkt vom Feld aus ab, bringen es dann nach Venlo. Dort wird es vermarktet. Und dann ist es, ich sag mal so, innerhalb von 24 Stunden bei den großen Supermärkten in den Regalen. Da ist schon ein sehr großer, gewaltiger logistischer Prozess dahinter. Und auch wenn der Airbrush-Look der Lkw wie selbstverständlich glänzt, von nichts kommt auch hier nichts. Die Fahrer waschen die Fahrzeuge nicht in Waschanlagen, sondern größtenteils wirklich bei uns auf dem Hof. Das ist eine reine Handwäsche. Und die pflegen natürlich nicht nur das Fahrzeug, die Lackierung, sondern auch die Chromteile, die Alufelgen. Das muss alles geputzt und gepflegt und in einem vernünftigen Zustand wieder auf die Straße gebracht werden. Apropos Straßen, die können ganz schön staubig sein. Vor seiner Tour nach Venlo muss Frank noch bei einem Erzeuger vorbei. Eine weitere Ladung an frischen Heidelbeeren muss geladen werden, damit der Auflieger auch voll ist. Wie die meisten fährt auch Frank Peters schon viele Jahre für Heidelogistik. Dort verbindet die gemeinsame Begeisterung für die Showtrucks die Fahrer mit der Firma. Mario ist im Prinzip kein Chef, er ist im Prinzip einer von uns. Er ist ja selber als Fahrer auch mal angefangen. Und das finde ich einfach toll. Und diese Zeit, die ich jetzt am Wochenende manchmal verbringe, weil ich das Auto ja auch viel mit zu Hause habe, dass ich am Wochenende mal poliere hier oder poliere da. Ja, meine Güte, dann stelle ich mich mal zwei Stunden hin, aber ich mache es gerne, weil ich mag mein Fahrzeug. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Mario Bruns macht sich mit seinem Freund und Fahrer Klaus Müller auf den Weg nach Pinneberg, um ein neues Auto abzuholen. Rund 25.000 Euro investiert Mario in jeden einzelnen Showtruck und lässt ihn so werden, wie die Fahrer ihn sich wünschen. Mario kann den Moment der Übergabe kaum abwarten. Für mich ist das ein ganz besonderes Highlight, gerade so einen Airbrush abzuholen, der von innen noch zusätzlich beledert ist mit extrem vielen Extras. Das ist ein Kribbeln, das ist wie die Geburt eines Kindes, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und das ist der Neue, den die Firma Marlen Truck Styling in ein rollendes Unikat verwandelt hat. Er ist sogar noch foliert und eingepackt. Wikinger-Motive zieren die Fahrerkabine des prächtigen Scania, der als auffälliges Einzelstück garantiert für viel Gesprächsstoff sorgen wird. Firmenchef Mario Bruns jedenfalls ist überwältigt. Ein skandinavisches Auto, ein Schwede, mit Wikinger, passt, ist einfach super. Scania ist sowieso eine tolle Marke. Dann von innen absolut super geworden, muss ich echt sagen. Die Kombi, das passt einfach alles. Da geht einem das Herz auf. Natürlich ist auch Fahrer Klaus Möller völlig hin und weg. Nicht nur vom Look der Lackierung, sondern vor allem auch von der Ausstattung der Kabine. Alles hier wurde nach seinen persönlichen Vorstellungen umgesetzt. Da kann so manches Wohnzimmer nicht mithalten. Das ist wie Wohnzimmer. Ist das. Der ist einfach ein Traum. Also im Moment glaube ich nicht, dass du den fährst, Klaus. Ich glaube, ich fahr den. Du hast Büroarbeit zu leisten. Hammer. Ein eindrucksvoller Moment, der zeigt, wie tief die gemeinsame Begeisterung für schöne Lkw bei der Firma Heide Logistik tatsächlich geht. 32 Züge hat das Unternehmen im Einsatz. Sechs davon sind reine Airbrusher. Das größte Kapital aber ist noch immer die Zufriedenheit der Fahrer. Denn sie schafft Identifikation und Motivation. Und die Zufriedenheit der Fahrer sind nicht möglich. Untertitelung des ZDF, 2020